hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge prior new drive wir haben direkt einen schlüssel das heißt wir gucken mal ob der zufällig gleich schon irgendwo passt erst mal wieder da du bist doch gleich nicht mehr da wollen wir retten genauso wie du wo ist doch Leo da unterwegs, den kenn ich doch da sind wir jetzt schon so in den Kamin, oder? da sind wir jetzt auch schon reingekommen da sind wir schon reingekommen da auch da wieso so naja also Freyne die Vogelscheche ist wieder unterwegs da sind wir auch reingekommen da hoch da haben wir die Bilder da, oder? da haben wir die Bilder da, oder? hier oder nicht? hier waren die Bilder da haben wir da hier noch da haben wir die Bilder da haben wir auch schon mal da können wir auch schon mal hier schon mal ja wow Wauw. Komm doch durch, wauw. Na ja, gut. Gehen wir erstmal auf Clownsuche. Ich würde sich ja gleich hier irgendwo rumtreiben. Weiter. Ich würde sich nicht mehr anschauen. Ich könnte es auf der Hand umuesten Abitur zu nehmen. Ich würde da noch nicht mehr drauf spielen. Ich kann es auf der Hand umkeln. Ich würde es nicht mehr so schwer, dass sich das rauskommt. Ich würde es nicht mehr so schnell versenken. Ich würde es nicht mehr so schwer, aber ich würde es nicht mehr so achten. Hey, du kleine Drecksau, jetzt hast du mich hier doch mal gekriegt. Hier ist es Katsang öfter da, noch was eben doch schon mal. So, wir haben jetzt absolut keine Batterie mehr. Gib mir doch einen Henkpreis. So, wir haben jetzt einen Henkpreis. Das war's. Damit kriegst du mir schon nicht mehr. Das wirst du so langsam wissen. Ich habe das Gefühl, da kamen Schrittgeräusche. Was? Der hat sich so zu Tod erschrocken, dass er jetzt drauf gegangen ist, oder wie? Scheiße. Okay, aber wir wissen jetzt, wo wir an etwa hin müssen. Hm. Hm. Ich will aber das jetzt schlüsseln, tut alle Frage. Arschers? Hm. 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 Trägt doch gar nicht aus. Wahrscheinlich in der Dunkel hier noch dafür. Hm. Jetzt kommen wir erstmal wieder immer da durch. In der Dunkelheit. Ja, ich will jetzt hier noch mal wieder auf. Ich will das jetzt schlüsseln. Wie. 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 Du bist mir das. Wie. 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 Unsere Freundin, die vorgestellte ich, ist schon wieder unterwegs. Da stand sie. Hahaha. Ja, das Spielchen haben wir jetzt wieder mit Dating. Hm? Ich hab ihn hier nicht mal sitzen gesehen, naja. Aber jetzt richtig, wenn manchmal der anfängt zu lachen, ohne dass man nicht sieht. Oh, ich kann jetzt einfach was, mich bewegen brauchen. Na ja, ich hab nur noch Batterien hier ab. Ah ja. Ja, jetzt ist die Farbe, wo müssen wir hin? Wir haben das jetzt ausgelöst, da war jetzt nichts. Ich konnte auch deine sagen und Site Boom sp Cristian. Ich nehme einen Schichtern. Ich mache Pächer noch die Schichter, aus dem richtigen Moment zu nenhum Schwagen res folgen. Laergien auch zu wissen, wir keine Schichter, sondern wir werden mal so heiß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.